Florian Silbereisen ist nach langer Single-Zeit wieder glücklich. Als Florian Silbereisen und ihre Ex-Helene Fischer im Dezember 2018 ihre Trennung bekannt gaben, waren die Fans geschockt. Monate später hoffen sie immer noch, dass das Paar ihre Ehe retten wird. Doch nun ist das Offensichtlichste, die Liebe der beiden wird es nicht mehr geben. Denn Helene hat mit Thomas Seidel ihre Schwangerschaft bestätigt. Eine besondere Zuneigung hat Florian Silbereisen der Weife-Sängerin Beatrice Egli. Florian Silbereisen und Beatrice Egli, besonderes Date, alles ist so romantisch. Florian Silbereisen steht auf Wolke 7. Vor wenigen Tagen sorgte die 40-jährige Sängerin für eine süße Überraschung, nach langer Zeit falscher Gerüchte bestätigte Florian seine Beziehung zur Schweizer Sängerin Beatrice Egli. Seitdem haben die beiden sogar einige süße Paar Fotos geteilt, die sie so verliebt aussehen lassen. Sängerin Beatrice Egli ist gerade in voller Vorfreude. Die 33-Jährige, die 2013 bei der SDS den Sieg kassierte und seither im Schlager-Genre abräumt, hat toll Neuigkeiten für ihre Fans. Die können ihren Star aus der Schweiz bald im TV bewundern, diesmal allerdings in einem etwas anderen Format als bisher. Darin wird Beatrice Egli sogar auf Händen getragen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Am Freitag läutet die neue Impro-Comedy-Show von Ralf Schmitz ein. Der Ex-Take-Me-Out-Star sorgt in Halbpension mit Schmitz hoffentlich für alle Handlache. Doch mit der SDS-Sternchen Beatrice Egli als ersten Stargast dürfte das wahrscheinlich kein Problem sein. Schließlich hat sich die Schlagersängerin bereits in vielen TV-Formaten gezeigt und gute Laune bewiesen. Auf Instagram zeigt sie sich schon ganz aufgeregt. Am Freitag werde ich auf Händen getragen, schreibt Beatrice und postet dazu ein Bild aus der Sendung, auf dem sie tatsächlich von ihren Show-Kollegen getragen wird. Und weiter schreibt sie, denn da bin ich zu Gast bei Halbpension mit Schmitz und freue mich auf einen lustigen Abend. Doch Beatrice Egli ist nicht allein dafür verantwortlich. Verantwortlich, Florian Silbereisen in lustige improvisierte Situationen zu bringen. Und als wäre das nicht schon Anlass für ihre Fans genug, einzuschalten, können die sich wahrscheinlich auch noch optisch auf eine ganz neue Beatrice Egli freuen. Erst vor wenigen Tagen überraschte die Bohlenentdeckung mit ganz neuem Look. Und schon auf dem ersten Szene-Futter aus der Show sieht man eine deutliche Veränderung bei Beatrice, die wirkt mit ihrer Lederpins und der knalligen Tigerblöse doch glatt etwas cooler. Was hältst du von Florian Silbereisen und Beatrice Egli? Besonderes Date, alles ist so romantisch. Bitte unten kommentieren und nicht vergessen, Florian Silbereisen und Beatrice Egli zu liken und zu abonnieren. Besuchen Sie unseren Kanal, um die neuesten Nachrichten von Prominenten zu verfolgen. Vielen Dank! Bis zum nächsten Mal!